Dann einen wunderschönen guten Morgen zur Dharma Praxis oder je nachdem eure Uhrzeit, an dem ihr das ganze Video schaut. Wir machen weiter und wie wir schon beim letzten Mal gesagt haben, erweitern wir langsam Stück für Stück immer wieder unsere Praxis. Das heißt also, wir werden irgendwann einmal eine vollständige vorbereitende Praxis hier gemeinsam durchführen, sodass ihr also immer einen Anhaltspunkt habt, wie die vorbereitende Praxis täglich ablaufen kann. Je nachdem, ob ihr schon eine Linie habt, ob ihr noch keine Linie habt, könnt ihr euch aber trotzdem an diesen Grundlagen immer wieder, ja, rekapitulieren. Ihr könnt sie jeden Tag durchführen, selbst wenn ihr eben keine Linie habt, zu der ihr euch zugehörig fühlt, was nicht bedeutet, dass ihr nicht Vajrayana praktizieren könnt. Deshalb, mein Vorschlag starten wir gleich wieder mit dem Wangdu und noch mal der Hinweis drauf, ihr findet das Ganze im Lotza Warehouse, also eine Webseite, die auch auf vielen Sprachen verfügbar ist und da nehmt ihr euch dann einfach in der Suchfunktion das Wangdu vor. Den Link blende ich entsprechend wieder ein und dann könnt ihr das auch direkt per QR-Code zum Beispiel dann scannen und direkt runterladen, wenn ihr möchtet. Solltet ihr Freunde haben, die das auch gerne bekommen sollen, aber eine andere Sprache sprechen, es sind diverse Sprachen verfügbar, also seid einfach so gut und gebt denen dann sozusagen den Link und sagt, hier kannst du deine Sprache auswählen. Also dann starten wir mit dem Wangdu, wir machen das einmal also laut gemeinsam, sprechen das einmal laut gemeinsam und dann wechseln wir auf sechs weitere Male, in denen wir dann das Ganze für uns im leisen Kontext machen. Wer einmal das Wangdu auf Tibetisch gehört hat, kann das natürlich auch super gerne auch auf Tibetisch machen. Bitte wichtig ist aber immer den Sinn verstehen von dem, was wir dort lesen. Es bringt laut unserem Großmeister deutlich weniger und deutlich weniger ist schon wirklich ein großes Stück. Wenn es nicht verstanden wird, deshalb bitte zuerst verstehen, was ihr lest und dann könnt ihr das gerne auch in einem anderen Sprachbereich dann zum Beispiel eben rezitieren, auch gerne mit einer Melodie rezitieren, wenn es gerade für euch leichter ist oder ihr diese Feierlichkeit dieses Lobpreises, dieses Gebets zum Beispiel noch steigern möchtet, dann könnt ihr gerne eben auch eine Melodie mit dazu nehmen, wie es eben im Tibetischen eben auch üblich ist. Einmal also von Mipham Rinpoche, das Gebet, dass alles, was erscheint und existiert, in seinen Bann zieht. Auch das übrigens, was im Kuro-Kuro-Praxisbereich sehr wichtig ist. Also wir ziehen sozusagen das, was wir ersehnen, heran. Aber nochmal der Hinweis, bitte nicht vergessen, es geht nicht darum, für mein Ego etwas heranzuziehen, sondern es geht darum, die große Weisheit immer weiter zu mir heranzuziehen. Die Beständigkeit von Bodhichitta immer wieder in mir klar zu definieren und deshalb immer wieder heranzuziehen zu mir. Immer mehr zu Buddha zu werden. Und das ist eigentlich damit gemeint. Und deshalb werden hier auch sehr viele Aspekte, die wir als Buddha verehren, also als jenseits des normalen, intellektuellen Verstandes, der eben durch unsere Gewohnheiten bedingt ist, sondern dass wir eben jenseits dessen sind. Das ist nicht negativ gemeint. Das bedeutet lediglich, dass wir nicht nur mit unserem Verstand unterwegs sind, sondern dass wir durch unser Gespür, durch unser Bodhichitta immer weiter hinausgehen aus diesem normalen Verstand. Aber natürlich immer den Verstand als weiteres Werkzeug verwenden. Also nicht sozusagen dahinvegetierend nur noch versuchen, reine Glückseligkeit zu haben, sondern dass wir wirklich immer überlegen, auch gleichzeitig, wie können wir den Menschen am besten helfen? Durch was geht das? Und wir hatten gestern in einem anderen Bereich, den Kandro Yangjin hier bei uns macht, hatten wir das Bodhichitta der Avatara und dort war eine ganz wichtige Aussage auch gewesen, dass die Tat selbst, also es ging darum, dass wir sagen, wir sind entweder dabei, eine Reise zu planen, also irgendwann einmal werde ich Bodhisattva werden, morgen in 100 Jahren, in 4000 Leben, oder ob ich diesen Weg aktiv beschreite. Das ist der große und wichtige Unterschied. Und die tägliche Rezitierung, zum Beispiel von einem solchen Gebet, beziehungsweise von einem solchen Lobpreis, ist es tatsächlich immer wieder jeden Tag mich dran zu erinnern. Und wenn ich jeden Tag eine Maler von einem Mantra zum Beispiel mache, dann verändert das meine Schwingung mit der Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, aber mit jedem Tag geht es so ein ganz klein bisschen gemächlich, gemächlich, also ganz nacheinander, geht das dann, dass wir uns jeden Tag mehr dran gewöhnen, nicht mehr diese Persona zu sein, diese Maske zu sein, sondern dass wir immer mehr verstehen, ich bin wirklich eins mit Buddha. Das war schon immer mein Naturell, es hat sich niemals wirklich geändert, aber ich habe das einfach vergessen. Ich bin einfach eingeschlafen und habe einen Traum geträumt, der sagt, ich bin zum Beispiel Henry. Und diesen Traum aufzulösen, dafür haben wir diese buddhistische Praxis, und die ist ganz langsam, Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen, und wir wollen irgendwann mal zur Zimmerdecke, wir wollen irgendwann mal hier in die Höhe von Buddha Deepam Kara kommen, zum Beispiel. Das ist eigentlich das, wo wir uns wieder dran zurückerinnern wollen. Und dafür ist die tägliche Praxis super. Im machtvollen Palast dem Auflodern großer Glückseligkeit befinden sich die Verkörperungen der unterscheidenden Weisheit, die Einheit von Leerheit und Glückseligkeit, jede auf einem Lotus, ihre Naturglückseligkeit, frei von jeglicher Anhaftung, mit der Pracht einer großen, leuchtenden Vajra-Sonne, Dhamakaya, Amitapa und Vajra-Dhama, Avalokiteshvara, Herr der Welt, die Verkörperung des Mitgefühls selbst, Padma-Gyalpo, der durch das gesamte Samsara und Nirvana beherrscht, mächtiger Heruka, der alle Erscheinungen und Existenz unterwirft, geheime Weisheit und Vajra-Vahari, Döpe-Gyalpo, König des Verlangens, überragende Ekstase, Quelle der Weisheit, großer Glückseligkeit, Kurukula, die den Geist jedes lebenden Wesens fesselt, ausnahmslos Meister und Meisterinnen, höchster und gewöhnlicher Mudras, tanzend in Glückseligkeit und Leerheit, Scharen von Vajra-Dhakas und Dakinis, die Fesseln und Bannen, ununterbrochen im Zustand der großen Gleichheit, von Erscheinung und Leerheit verweilend, lasst ihr die drei Ebenen der Existenz durch den Tanz eurer Vajra-Körper erbeben, durch den Klang eures Lachens, eurer unaufhörlichen erleuchteten Sprache, ruft ihr die drei Welten herbei, strahlen roten Lichtsbrechen hervor, die Samsara und Nirvana durchfluten und die Lebensessenz der bedingten Existenz und des letztendlichen Friedens vibrieren lassen und einsammeln. Mit eurem erleuchteten Geist der großen Vajra-Leidenschaft gewährt ihr das Höchste aller begehrenswerten Dinge, die zwei Arten von Siddhis, und mit euren großen Vajra-Haken und Schlingen fesselt ihr die Welt der Erscheinung und Existenz in großer Glückseligkeit, tanzende im Spiel des endlosen Netzes der Illusion, die den Raum zum Überfluss erfüllen, wie ein hervorbersten, zahlloser Sesamsamen, unermesslicher Ansammlung der drei Wurzeln, Scharen von anziehenden Gottheiten, in Hingabe beten wir zu euch. Inspiriert uns mit eurem Segen, gewährt uns gewöhnliche und überragende Errungenschaften und damit das Siddhi, alles in unseren Bann zu ziehen, ohne Hindernisse, was immer wir ersehnen. Untertitelung des ZDF, 2020 und Sänk für ein ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020